Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klappe, los, guck weg. Wieso? Kenn ich alle schon. Sei nicht vulgär. Ist anders im Rausch der Leidenschaft. Bitte, ich schäme mich nicht. Ich werde jetzt... Was tust du? Warum nicht? Weil es zwecklos ist. Ich wurde schon beim ersten Mal abgelehnt. Welches Studium? Architektur. Oh, das wäre doch wunderbar. Ja. Versuche es nochmal. Ja, wer weiß. Du darfst nicht aufgeben. Steven. Die bestimmt doch nicht, was du tun oder lassen kannst. Niemand gibt dir das Leben, das du dir wünschst. Du selbst musst es gestalten. Hier wird das nicht gehen. Ist gut. Hilary, was zum Teufel fällt dir ein? Du warst nicht eingeladen zu sprechen. Niemand will nur Männer, die bloß schwadronieren. Du weißt, was der Abend mir bedeutet. Besser als sonst jemand. Und doch willst du ihn absichtlich ruinieren. Es tut mir auch furchtbar leid, aber es geht nicht immer nur so, wie du willst. Warte, du hast ein Problem. Weißt du das? Du brauchst ernsthaft Hilfe. Und wir sind alle bereit, dir zu helfen. Aber es gibt den Moment, da musst du selbst Verantwortung übernehmen für deine Leid. Es zieht dich ins Knie. Es faszinierend. Es ist faszinierend. Weil es nur von unbewegten Bildern kommt. Mit etwas Dunkel dazwischen. Aber unser Seenhaft hat eine kleine Schwäche, die genutzt wird. Wenn ich den Film mit 24 Bildern pro Sekunde abspiele, kann das Dunkle keiner sehen. Wow. Es heißt Viehphänomen. Die Ansicht unbewegter Bilder in schneller Abfolge erzeugt die Illusion von Bewegung. Die Illusion von Leben. Wie fühlen Sie sich im Allgemeinen? Ich fühle mich ein bisschen... ...betäubt. Sie haben jemanden, mit dem Sie reden können? Freunde? Komm doch ins Büro auf einen schnellen Drink. Hör auf. Wieso? Es tut doch niemandem weh. Was ist mit deiner Frau? Guten Morgen allerseits. Steven übernimmt die Stelle von Trevor. Hallo. Dieser Ort ist für Menschen, die dem Alltag entfliehen wollen. Menschen, die sonst nirgendwo hingehören. Hier war's mal wunderschön. Ist es noch? Wo kommst du her? Passiert das oft? Oh ja. Es ist überall, oder? Niemand gibt dir das Leben, das du willst. Du hast ein Problem, weißt du das? Du musst raus und es dir holen. Du musst raus und es dir holen. Dieses flimmernde Licht ist ein Ort der Hoffnung. Du musst raus und es dir holen.